Das ist die beste Idee, die ich je hatte. Unternehmer kämpfen um die Herzen der Zuschauer und allein sie entscheiden, wer gewinnen soll. Berlin! Der RBB präsentiert. Dschungel der Ideen und Erwartungen. Das Reagenzglas der Republik. Spannende Start-up-Geschichten aus Berlin. Nur Wahnsinn, die gestürzen sich hier in den Strudel der Selbstständigkeit. Die setzen alles auf eine Karte und können alles verlieren. Und diese jungen Leute lernen wir zusammen kennen. 30 Sekunden, um sie zu überzeugen. Der Curry-Copter ist einfach genial. Du gehst im Park, bestellst bei der Wurst-App deine Currywurst, in 5 Minuten ist sie da, kein Anstehen. Und sie entscheiden, wer hat die beste Idee. 5 Minuten und dann habt ihr eure Wurst und dann kommt die so angeflogen. Wer schafft den Durchbruch? Wer scheitert? Also wenn sie heiß ankommt, das ist perfekt. Ja, ich würde es nicht machen. Du verdienst damit noch kein Geld. Wo kommt bisher die Kohle her? Naja, ich habe mir 20.000 Euro von meinen Eltern geliehen. War das eine gute Idee? Oder platzt sein Traum? Macht man eigentlich eine Genehmigung, um so eine Dinger durch die Luft fliegen zu lassen? Nö. Und damit sind sie mittendrin im Abenteuer Existenzgründung. Und sie werden sie alle kennenlernen. Menschen, die ihr Herzblut hineinstecken. Herzpanding. Wer schenkt dem Gründer sein Herz? Um ihren Traum in Berlin zu verwirklichen. Made in Berlin. Gute Ideen! Wer fällt durch? Wer gewinnt? Die Geschichten hinter der Idee. 2014 im rbb Fernsehen.